Das ist ein geiles Video, man. Ich hätte auch schon richtig geile Videos machen können, aber ich weiß, iPhone gibt leider keine Videokamera her. Aber dafür kriegen wir jetzt richtig geile. Und das Staub, du siehst den Staub durch die Kamera. Ehrlich? Das ist aber auch Dampf hinter die beiden, ne? Voll kaputt. Ja, Manni, was? Ich muss Marieti was tun wieder. Das ist doch logisch, wenn ich ihn jetzt rufe, dass er dann eher in Spielen vertieft ist. Das ist doch, Mann.